Hier sehen wir die Familienverandakabine, hier haben wir die Engematte, hier ist das Vierbett, hier oben kann man auch eine Fünfbettkammer machen, hier oben die Kratze, und hier haben wir die zwei Augen, die Türen schwer zu öffnen sind, und hier immer die Stügel, die immer schön liegen, und hier sehen wir die Toiletten, die Toiletten und die Duschen, die sind schön groß, kann man zum Beispiel auch mal zu zweituschen hier.